Hallo und herzlich willkommen! Heute melde ich mich mal mit dem ersten Bauvideo von uns. Hier in der Vorschau seht ihr, dass es handwerklich da ganz schön zur Sache ging. Wir reißen jetzt hier die Tapeten ab, denn wir hatten ein Schimmelproblem bei uns im Schlafzimmer. Dieses haben wir mit der Dämmung mit sogenannten Calcium-Silikatplatten gelöst und wie wir das gemacht haben, möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Schauen wir uns das Schimmelproblem erstmal näher an. Hier seht ihr hinten in der Ecke, da wo der Schrank stand, dass da leider die ganze Wand verschimmelt ist, und zwar von oben bis unten, obwohl wir da mindestens 20 Zentimeter zwischen Schrank und Wand Platz gelassen hatten, weil wir von den Vorbesitzern schon wussten, dass es da leichte Feuchtigkeitsprobleme gibt. Und auch auf der anderen Seite an der Außenwand, also neben dem Fenster, ist dieses Problem leider aufgetreten. Festgestellt habe ich es, wie man hier auf dem rechten Bild sieht, als ich ein bisschen von der Fensterlaibung die Tapete abgemacht habe, weil ich da nämlich eine Silikonfuge neu ziehen wollte. Und da kam dann leider die böse Überraschung. Wir hatten die Wand auch schon, bevor wir es neu tapeziert hatten, mit so einem Schimmel-Ex und sowas behandelt, aber scheinbar hat das nicht geholfen. Wir haben dann eine Handwerks-Sanierungsfirma unseres Vertrauens bei uns in der Nähe beauftragt, sich das mal anzuschauen und eine Lösung zu finden. Und da wurde uns empfohlen, dass man die komplette Außenwand, also einmal komplett um das Fenster herum, mit sogenannten Calcium-Silikat-Platten dämmen soll. Denn diese Platten nehmen Feuchtigkeit auf und, ganz wichtig, können diese Feuchtigkeit auch wieder abgeben, ohne dass sie selber schimmeln. Denn die Platten haben durch ihren Aufbau einen sehr hohen pH-Wert von über 10 und damit kann dort überhaupt kein Schimmel mehr wachsen, selbst wenn die Platte ständig nass ist. Die Firma hat das dann wunderbar alles an einem Tag wie geplant erledigen können. Leider ist uns beim Hin- und Herrücken der Schränke aufgefallen, dass nicht nur diese Wand betroffen ist, sondern auch noch die andere Wand daneben, hier links im Bild zu sehen, wo das Kabel oben hängt. Der Grund dafür ist, haben wir später festgestellt, dass das sozusagen auch eine Außenwand ist. Und das liegt an der Bauart von unserem Haus. Und zwar grenzt diese Wand an unseren, wir nennen ihn Stallanbau, weil das früher einmal ein Stall war. Und dieser ist ein paar Stufen tiefer als unser Haus. Das heißt also, der angrenzende Raum zum Wirtschaftsraum ist zwar auch dann eine Innenwand, aber das obere Stück zu dem Dachboden von dem Stallanbau, weil der auf der Seite nicht gedämmt ist und es da auch immer kalt ist, ist dann sozusagen das Stück eine Außenwand. Das heißt, an dieser Wand ist es dann von der anderen Seite auch immer kalt und damit kann sich dann natürlich die Feuchtigkeit dort auch niederschlagen und dann bildet sich dort Schimmel. Also haben wir uns entschlossen, dass wir diese Wand dann nochmal in Eigenregie dämmen wollen mit den Calcium-Silikatplatten. Und wie wir das gemacht haben, schauen wir uns jetzt im Folgenden mal an. Also so sah unser Schlafzimmer aus, nachdem die Handwerker fertig waren. Hier rechts an der Seite kann man schon sehen, dass die dort mit ihrer letzten Platte aufgehört haben. Und die Wand, wo jetzt da oben das Kabel hängt, das war praktisch noch die bestroffene Stelle, die ich euch eben gezeigt habe. Als erstes mussten wir jetzt natürlich diese Wand auch freiräumen, also musste auch leider mein Kleiderschrank aus der Ecke weg. Den von meinem Mann haben wir hier ganz links im Bild mit dieser Folie dran schon weggeschoben, denn der stand ja hier vorne rechts in der Ecke, wo schon gedämmt wurde. Und jetzt hier begutachten wir das nächste Problem, nämlich ordentlich Schimmel hinter der Fußleiste. Zum Glück war der nur an der Wand und nicht unten am Boden. Also hoffen wir jetzt mal, dass wenn wir die Wand dann dämmen, dass das dann soweit behoben ist. Ja, da mussten wir natürlich als erstes mal die Tapete entfernen. Wir hatten da eine Fließtapete genommen, die wir erst knapp vor einem Jahr drauf gemacht hatten, als wir neu in das Haus eingezogen sind. Und ja, es tat uns in der Seele weh, die wieder abzureißen, aber es musste sein. Dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir einige lockere Stellen vom Putz entfernen wollen. Teilweise waren da nämlich auch so Quebe hinter. Und bei den Calcium-Silikatplatten soll man auch möglichst wenig mit Gips arbeiten, denn Gips hat den blöden Nachteil, das nimmt zwar auch Wasser auf, kann es aber nicht wieder abgeben. Das heißt, das speichert das Wasser und das bildet dann den optimalen Nährboden für Schimmelbildung. Deswegen darf man nachher auch auf die verputzte Wand mit den Calcium-Silikatplatten auf keinen Fall wieder irgendwas Gipshaltiges tun. Außerdem wollten wir auch gerne den verschimmelten Putz hinter der Fußleiste unter der Steckdose im Bild entfernen, damit da dann wirklich alles weg ist. Nachdem dann soweit alles vorbereitet war, haben wir als erstes unser Material, also die Platten, reingebracht. Wir haben hierbei durchs Fenster gearbeitet, da haben die Handwerker uns draufgebracht, weil die das nämlich auch so gemacht haben, damit man nicht den ganzen Dreck noch durchs restliche Haus tragen muss. Die Calcium-Silikatplatten lassen sich relativ einfach mit einem Cuttermesser schneiden. Also man misst einfach die Länge, die man braucht, aus, markiert das mit einem Cuttermesser, legt dann so eine gerade Holzlatte drüber, zieht dann einmal mit dem Cuttermesser drüber, dass man dann so eine Sollbruchstelle sozusagen hat, legt dann das Brett unten drunter und wenn man dann rechts und links von der Schnittstelle drückt, dann bricht die Platte genau an der Sollbruchstelle durch. Wir haben uns natürlich unsere Wand vorher ausgemessen und herausgefunden, wie viele Platten wir brauchen. Eine Platte ist ungefähr einen Meter hoch und da ein Raum ja circa 2,50 Meter ist, brauchten wir also zwei Platten und eine halbe. Da es natürlich nicht genau 2,50 Meter waren, mussten wir dann jeweils von der halben Platte nochmal ein paar Zentimeter abschneiden. Dann war natürlich auch gleich in der ersten Platte, die wir jetzt neu setzen mussten, der Steckdosen-Ausschnitt drinne. Da haben wir dann ausgemessen, wo die Steckdose sitzt und dann mit so einem Rundbohrer ausgesägt. Glücklicherweise, beziehungsweise erstaunlicherweise, hat das dann auch gleich beim ersten Mal gut funktioniert. Danach ging es dann daran, den Kleber anzurühren. Hier haben wir einmal den Unterschied zwischen einem sauberen und einem dreckigen Eimer, weil da nämlich stand, man soll einen sauberen Eimer verwenden und wir haben tatsächlich einen bei uns gefunden. Wir hatten so einen Kleber, den man sowohl für die Befestigung, also zum Ankleben der Platten benutzen kann, als auch später zum Verputzen. Angerührt haben wir den jeweils mit Wasser. Ja, wir haben uns da so ein bisschen daran orientiert, was auf der Packung steht, aber eigentlich haben wir es eher so nach Gefühl gemacht. Ein bisschen hiervon reinschütten, ein bisschen davon reinschütten und dann halt geguckt, dass es ungefähr die Konsistenz gibt, mit der wir dann gut arbeiten konnten. Da muss man auch einfach ein bisschen rumexperimentieren. Dann konnten wir auch schon unsere erste Platte mit dem Matsch einkleistern. Achso, und bevor wir die Platte anbringen konnten, mussten wir natürlich den Innenteil von der Steckdose, also den Aufsatz haben wir schon abgeschraubt, aber das Innenteil, wo die Kabel dran sind, auch abschrauben. Das soll natürlich eigentlich nur von einer Elektrofrachtkraft gemacht werden, aber mein Mann hat da auch Ahnung von und ist darin geschult. Wir haben da vorher noch ein Foto von gemacht, damit man dann nachher genau weiß, welches Kabel wieder wohin gehörte. Und natürlich ganz wichtig, wenn ihr das macht, Sicherung rausdrehen, das ist ja klar. Zurück zu dem Kleber. Hierbei müssen wir gleich sagen, wir haben am Anfang relativ wenig benutzt und haben dann festgestellt, da die Wand auch sehr uneben ist, dass die Platte an der einen Ecke ein bisschen hoch steht und haben dann noch versucht, irgendwie Kleber wieder dahinter zu machen. Nachher haben wir es dann so gemacht, wir haben jeweils die Platte relativ dick und auch nochmal die Wand, also zumindest an den Kanten außen, eingeschmiert mit dem Kleber und das hat ganz gut funktioniert. Also scheut euch hier nicht, gerade bei einer ungeraden Wand, dass ihr genug Kleber verwendet. Wenn ihr die nächste Platte ansetzt, ist es auch wichtig, dass ihr dann bei der schon draufsitzenden auch die Kanten mit einschmiert, damit dazwischen keine Hohlräume bleiben. Hier sieht man jetzt, wie ich noch sehr schön die Wand da einkleister und wir dann die letzte Platte von dieser Reihe draufsetzen. Leider hat das nicht geklappt, obwohl wir, meine ich, eigentlich vorher nachgemessen hatten. Deswegen haben wir die Platte dann schnell nach unten links hingesetzt und für die Seite jetzt nochmal eine neue Platte zugeschnitten und da ein paar Zentimeter entfernt. Beim Dämmen mit den Platten ist es wichtig, dass ihr das im Versatz macht. Also die nächste Platte, die wir jetzt unten ansetzen, wird dann auch eine große sein, damit wir diese horizontalen Schnitte zwischen den Platten versetzt haben und es nicht einen durchgängigen Schnitt gibt. So wie wenn man auch Laminat verlegt. Ja, so haben wir uns dann Platte für Platte immer weiter vorgearbeitet. Zwischendrin musste natürlich immer wieder ein neuer Kleber angerührt werden. Das hat mein Mann dann draußen vor dem Fenster gemacht und dann haben wir die Wand immer wieder eingekleistert, die Platte ordentlich eingekleistert und dann immer weiter dran geklebt. Nach den zwei Reihen hier war der halbe Tag dann schon rum und wir wollten gerne Mittagessen, hatten aber noch ein bisschen von dem Kleber übrig. Deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir unten links bei der Steckdose, wo ich so viel von dem Putz abgeklopft hatte, erstmal noch ein bisschen von dem restlichen Kleber dran gematscht habe, um sozusagen das wieder auszugleichen, diese Lücke. Nach dem Mittagessen ging es dann mit neuer Kraft und Elan weiter. Die nächste Platte unten war wieder eine kurze und da mussten wir dann auch wieder ein Loch ausschneiden, weil wir da komischerweise auf dieser Höhe eine Verteilerdose hatten. Ehrlich gesagt, keine Ahnung warum. Wir haben den Ausschnitt einfach gemacht, damit wir die Kabel dahinter natürlich nicht zukleistern. Bei der oberen Platte ist uns dann auch ein kleines Missgeschick passiert. Sie war sehr stramm und dann haben wir gesagt, komm, wir drücken es dran, das passt. Und dann ist uns oben links die Ecke abgebrochen. Deswegen hat mein Mann dann da nochmal ein ganz kleines bisschen weggemacht und wir haben die dann mit ordentlich Kleister wieder dran gematscht. Also merken, immer vorher nachmessen und ausprobieren. Und nicht mit Gewalt. In der nächsten Reihe dachten wir dann, wir wären ganz schlau und würden oben anfangen, dann hätten wir nämlich nicht das Problem, dass man das oben dran quetschen muss. Leider ist uns dabei aufgefallen, dass die Platten, während man die anderen Platten einkleistert, langsam runterrutschen. Das heißt, nachher plaste die untere Platte da auch nicht mehr hin, weil die oberen sozusagen nachgerutscht sind. Dann mussten wir die erst wieder hochdrücken, die aber schon fast fest waren. Also von oben anfangen ist auch nicht gut. Immer von unten. Bei der Arbeit mit dem Kleber ist natürlich auch immer wieder was auf dem Boden gelandet. Deswegen haben wir hier ja auch das Malervlies ausgelegt. Und das ist auch leider so. Wir haben versucht, möglichst wenig auf dem Boden zu kleckern, weil ja das auch Materialverlust bedeutet. Und beim Wandeinkleistern habe ich dann versucht, immer auf einen so eine Kelle mir was drauf zu machen, wenn ich mit der anderen Kelle, mit der Zahnkelle das dann verteile, dass ich das dann mit der anderen unten auffange, wenn was runtertropft. Aber es ist nun mal einfach so, wenn man mit dem Material arbeitet, darf man sich nicht scheuen, dass auch mal was auf dem Boden landet. Dann kam auch schon da hinten der letzte Steckdosen-Ausschnitt. Hierbei haben wir es so gemacht, dass wir die Kabel, die da drin waren, die rohen Enden sozusagen, mit einem Malerkrepp nochmal umwickelt haben, damit da kein Kleber drankommt. Denn das muss ja nachher wieder an das Innenteil von der Steckdose angeschlossen werden. Und wenn ihr das dann zu kleistert, dann funktioniert das nicht mehr. Also darauf achten, dass das nicht dreckig wird. Als letztes mussten wir natürlich die Platten hinten für die Ecke ausmessen. Da kam jetzt noch eine ganze Reihe hin. Und dann ganz links in der Ecke mussten wir aber auch die Platten längs durchschneiden und zuschneiden. Und da haben wir das dann vorher auch schön angehalten, um zu gucken, ob das alles passt. Und da die Wand in der Ecke natürlich auch nicht gerade ist, mussten die Platten dann unten teilweise eine andere Breite haben als oben. Das haben wir dann durch Anhalten immer geguckt und mit einem Cuttermesser wieder so ein bisschen immer nur abgeschnitten. Dass es dann nachher möglichst gut passte. Mittlerweile war die Dunkelheit auch schon so weit fortgeschritten, dass wir da hinten in der Ecke uns eine kleine Beleuchtung angelegt haben, damit wir da auch sehen konnten, was wir da taten. So, final die letzte kleine Platte oben links in der Ecke. Nochmal gut angehalten vorher. Haha, wir hatten es dann nach der Zeit endlich mal gelernt, dass man es vorher anhält, bevor man es einkleistert. Und die dann auch da dran gematscht. Und danach ging es dann weiter mit dem Verputzen von der Wand. Da haben wir uns jetzt erstmal auf die Fugen, wo noch große Lücken waren, konzentriert und dann aber auch nach und nach schon die ganze Wand verputzt. Hatte ich ja eben schon gesagt, dass wir so einen Kleber hatten, den man sowohl zum Ankleben als auch zum Verputzen für die Platten nachher nehmen konnte. Der Unterschied liegt hier vor allem in der Körnung. Also wenn man es für einen Putz verwendet, möchte man natürlich, dass es möglichst feinkörnig ist, damit man dann eine feine Oberfläche bekommt. Und das war bei unserer Art von Kleber jetzt auch gegeben. Unser Steckdoseninneres mussten wir dann auch um die Plattenstärke verlängern sozusagen. Also die betrug ungefähr 2,5 Zentimeter. Jetzt noch mit dem Kleber dahinter vielleicht ein bisschen mehr. Da gibt es extra, im Baumarkt haben wir die jetzt gekauft, so Steckdoseninnenteile, solche roten Ringe, die man auch aufeinanderschrauben kann. Wir mussten jetzt immer zwei aufeinanderschrauben und die dann da reinschrauben, damit die Platte innen sozusagen, der Kanal verlängert wird, wenn wir dann nachher unser silbernes Innenteil wieder aufschrauben, dass das auch vernünftig gehalten wird. Beim Verputzen sind wir prinzipiell so vorgegangen, dass wir erst einmal eine grobe Schicht sozusagen drüber gezogen haben, um das mehr oder weniger auszugleichen, weil teilweise die Plattenränder schon relativ unterschiedlich waren, weil die Wand eben auch so krumm war. Und da haben wir es dann noch nicht versucht, irgendwie glatt zu reiben oder so, sondern nur glatt gespachtelt und trocknen lassen. Da haben wir dann eine ganz normale, so eine breite Maurerkelle für genommen, um das dann da so von unten nach oben hochzuziehen und eine etwas kleinere, um das da draufzumatschen. Und oben, den Abschluss, habe ich dann immer versucht, mit so einem Spachtel praktisch horizontal an der Deckenlinie entlanglaufend zu machen, weil da kann man ja von unten nach oben nicht mehr weiterziehen. Sondern da habe ich es dann versucht, so von links nach rechts aufzutragen und dann mit der breiten Maurerkelle von oben nach unten nochmal drüber, um es dann ein bisschen glatt zu ziehen. Hier sieht man noch, wie am Ende des Tages meine Handschuhe aussahen. Eine Woche später, am gleichen Tag, wo wir wieder kinderfrei hatten und da dann Zeit hatten, was zu machen, ging es dann weiter. Wir hatten in der ganzen Woche immer wieder einen Raumluftentfeuchter am Laufen, damit der da die Feuchtigkeit rauszieht. Wie man hier sieht, 66 Prozent ist sie doch noch sehr hoch gewesen und die beschlagenen Fenster zeigen es auch. Mittlerweile war auch der neue Kleber angekommen, denn der war uns tatsächlich unterwegs ausgegangen, obwohl wir schon sehr großzügig kalkuliert hatten. Und wir waren noch beim Baumarkt und haben uns noch ein neues Werkzeug geholt. Einmal hier so ein Gitterrabott, womit man die groben Nasen abreiben kann. Ein feines Schleifbrett, damit wir nochmal in den Fensterlaibungen nachschleifen können. Noch so ein großes Reibebrett aus Kunststoff, weil unseres aus Holz hat immer abgefärbt. Und noch so einen breiten, ich glaube Schmetterling nennt sich das Teil, wo man dann auch gut in der Breite den Putz auftragen und glatt ziehen kann. Danach ging es dann erstmal mit dem Verputzen weiter. Wie gesagt, wir konnten es nicht zu Ende bringen, weil uns da der Kleber ausgegangen war und wir erst auf den neuen warten mussten. Da haben wir dann auf der rechten Seite den Rest noch grob verputzt und dann links mit dem Feinverputzen sozusagen angefangen. Dabei haben wir es dann so gemacht, dass ich immer den Putz aufgetragen habe und wenn er dann schon ein bisschen angetrocknet war, hat mein Mann mit dem Reibebrett versucht, es glatt zu reiben. Also dieses Brett wird nass gemacht und dann auf den etwas angetrockneten, aber noch feuchten Putz drauf gemacht und in so kreisenden Bewegungen versucht man das dann glatt zu reiben, dass dann irgendwelche Nasen oder überstehenden Hügel möglichst geglättet und fein gerieben werden sozusagen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass komischerweise der Putz unten irgendwie immer schneller trocken war als oben. Also bei dem oberen musste mein Mann relativ lange warten, bis er da drüber gehen konnte, denn das Problem ist, wenn der Putz noch viel zu nass ist und man da mit dem Brett drüber geht, dann zieht man damit sozusagen erst Nasen und Hügel richtig rein. Also da muss man wirklich warten, bis er ein bisschen angetrocknet ist, damit man das gut machen kann. Abschließend haben wir dann versucht, einzelne Stellen, die sehr uneben waren, auch nochmal nachzubehandeln. Also wir haben dann nochmal Material aufgetragen, das versucht auch noch ein bisschen flüssiger zu machen mit Wasser und das dann immer wieder glatt und fein gerieben. Hier das ist, was so gelblich geworden ist, das waren die Stellen, die ich mit dem Holzbrett gemacht habe. Das hat er abgefärbt, aber das war nicht schlimm, weil wir haben es ja eh nochmal übergestrichen. Es war so ein bisschen Sisyphus-Arbeit für mich als Perfektionistin. Ja, war es nie glatt genug. Aber gut, irgendwann muss man dann einfach mal sagen, dass es jetzt so okay ist und reicht. Hier sieht man jetzt nochmal, wie meine Hände danach aussahen. Es ist prinzipiell ganz wichtig, dass ihr dabei Handschuhe tragt, weil die Platten und auch der Kleber eben so einen hohen pH-Wert haben. Das greift eure Hände natürlich an. Ich würde euch da auch empfehlen, einmal Handschuhe zu tragen, weil ich hatte jetzt diese Arbeitshandschuhe an. Da ist das aber leider durchgekommen, weil die ja eben nicht dicht sind und hat meine Hände dann doch ziemlich angegriffen. Anschließend haben wir uns dann so ein Schleifgerät bei eBay Kleinanzeigen ausgeliehen. Da gab es jemanden, der das zufälligerweise bei uns in der Nähe ausgeliehen hat. Und das haben wir dann geholt und am Nachmittag noch fein geschliffen, um die Oberfläche möglichst glatt hinzubekommen. Für die kleinen, friemeligen Ecken sowie am Fenster, in der Fensterlaibung, haben wir dann das Schleifbrett, was wir uns ja gekauft hatten, benutzt. Nach dem Schleifen mussten wir dann alles erstmal absaugen, denn obwohl der Schleifer so eine Absaugung hatte und wir da ja auch unseren Sauger angeschlossen hatten, hat es trotzdem ein bisschen gestaubt, wobei es wesentlich weniger gestaubt hat, als wenn wir es ohne Absaugung gemacht hätten. Dann wären wir wahrscheinlich in einer Staubwolke untergegangen. Weiter ging es dann auch schon mit dem Streichen. Es wurde uns von der Firma nämlich gesagt, dass man auch relativ schnell schon drüber streichen kann, denn die Platten saugen aus dem Putz, den wir da jetzt draufgepackt haben, ja auch die Feuchtigkeit raus, denn die Platten sind ja dafür prädestiniert, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen war die Oberfläche relativ schnell so trocken, dass wir gleich schon drüber streichen konnten. Dafür ist es natürlich wichtig, dass ihr auch möglichst alle empfindlichen Sachen abklebt, wie zum Beispiel jetzt die Heizung und auch die Fensterbank. Am Fenster habe ich mir das Abkleben mal gespart, weil es dadurch die Platten doch recht eng geworden war und da habe ich dann einfach mit einem ganz feinen Pinsel versucht zu arbeiten und man kann die Farbe nachher, wenn sie an der Wand schon getrocknet ist, am nächsten Tag auch vom Fenster relativ gut mit einem feuchten Lappen wieder entfernen. Bei der Farbe ist es ganz wichtig, dass ihr hier keine ganz normale Wandfarbe, die ihr sonst nehmen würdet, benutzt, sondern auch eine Farbe auf Silikatbasis. Denn wenn man jetzt eine ganz normale Farbe drauf macht, dann würde man sozusagen das Diffusionsoffene bei der Silikatplatte wieder verschließen und damit könnte sie nicht mehr so gut die Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Deswegen ganz wichtig, dass die Farbe darauf auch auf Silikatbasis ist, damit diese Offenheit von der Platte erhalten bleibt. Beim Streichen haben wir uns dann aufgeteilt. Mein Mann hat mit der großen Rolle die Wand gemacht und ich habe mich dann an der Fensterlaibung und um das Fenster rum an den kleinen Stellen ausprobiert und musste da halt auch ein bisschen rumfriemeln, dass das gut passt. Teilweise das Fenster aufmachen und wieder zumachen, dass man da möglichst in alle Ecken reinkommt. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Zwischendrin ist dann auch unsere Tochter von Oma nach Hause gekommen. Wir haben sie dann in Empfang genommen, noch zusammen Abend gegessen und sie dann ins Bett gebracht und dann bis spät in den Abend noch weitergemacht. Am nächsten Tag hat mein Mann dann unsere Tochter gehütet, während ich noch die finalen Kleinigkeiten fertig gemacht habe. Und zwar hatten wir durch das Streichen oben an der Decke die sehr stark angematscht. Also ich konnte das dann wieder überstreichen. Ich hatte erst die Befürchtung, dass die Farbe nicht ausreichend deckt, weil das Weiß erstmal relativ durchscheinend wirkte. Aber nachdem es getrocknet war, hat es doch ganz gut geklappt. Ich habe dann zur Sicherheit trotzdem nochmal eine zweite Schicht drüber gemacht, aber eine Schicht hätte auch genügt. Das Problem bei der Kante ist leider, dass man nicht den Übergang von der Wandfarbe zur Deckenfarbe genau in der Ecke und in der Kante hinbekommt. Natürlich gab es da auch andere Unebenheiten, dass da irgendwelche Wülste noch von dem Verputzen waren und so. Deswegen werde ich da später noch eine dicke Acrylfuge hinmachen. Erstmal habe ich aber die Farbe trocknen lassen und habe mich um die gegenüberliegende Wand gekümmert. Denn dort hat man den Übergang zwischen der letzten Platte in der Ecke und unserer alten Tapete sehr stark gesehen. Nach dem Trocknen der Farbe war das nicht mehr so ganz so gleich. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich da so einen Streifen von dieser Tapete, die wir hier auf der Seite mithaben als Kontrast, hinmachen möchte, also praktisch einen Streifen, der dann das auflöst, dass diese beiden Stücke direkt aufeinandertreffen und dass man da den Kontrast nicht so direkt nebeneinander sieht. Dabei habe ich natürlich darauf geachtet, dass die Silikatplatte möglichst nur ein paar Zentimeterchen überdeckt wird, weil die soll man ja auch nicht übertapezieren mit irgendeiner diffusionsdichten Tapete, damit das Ganze offen bleibt. Dafür bin ich dann nach oben gegangen in unser Zimmer, wo wir unsere Tapeten lagern und habe mir dann ein Reststück von der Tapete unten aus dem Schlafzimmer rausgesucht. Hier war noch eine geschlossene Rolle, aber irgendwo hatten wir auch noch eine offene. Und zwar, ich glaube hier, genau. Das war auch noch eine ganze komplette Bahn. Das müsst ihr dann natürlich vorher gucken. Und davon werde ich mir jetzt einen Streifen zurechtschneiden. Ich habe mir dann überlegt, dass ich den Streifen gerne so breit machen würde, dass ich hier mit einem dunklen und einem hellen sozusagen ende und nicht mitten durch so ein Blatt durchschneide. Und zufälligerweise war das genau die Breite von dem Reststück Tapete, die noch dran war. Ich konnte also genau die alte Tapete entfernen und wunderbar die neue, die ich da hinmachen wollte. Perfekt, als hätte ich es gerade neu tapeziert, da dran machen. Das hat mich sehr gefreut, dass das genau so gut passte. Dann habe ich mir hier meine Tapete zugeschnitten. Da ich zu faul war, jetzt nur dafür extra den Tapetiertisch zu holen und aufzubauen, habe ich mir so eine Holzlatte als Unterlage genommen und dann so eine Schiene, mit der man normalerweise auch die Tapete schneiden würde und ein Cuttermesser genommen, um das dann da zurechtzuschneiden, rechts und links. Und dann hatte ich meinen Streifen, den ich an die Wand kleben konnte. Dafür habe ich mir dann in so einem kleinen Becherchen eine geringe Menge Kleister angerührt. Das habe ich jetzt auch nicht nachgemessen oder so, sondern einfach nach Gefühl reingeschüttet. Und dann die Tapete eingekleistert und auch ein bisschen die Wand. Anschließend konnte ich die Tapete dann genau Stoß auf Stoß, wie gesagt, auf die alte ansetzen und habe dann hier mit so einer Tapetenrolle und einer Nahtrolle das dann festgerollert und schön angedrückt. Oben und unten habe ich es dann genau passend mit der Schere abgeschnitten. Hier sieht man jetzt das Zwischenergebnis. Also wenn man jetzt mal vergleicht, rechts die alte Tapete und links dann die neue Wand, kaschiert dieser Streifen schon sehr gut den direkten Übergang und wie man auch sieht, an der linken Seite ist halt so das Weiße und rechts das Dunkle, durch kein Blatt durchgeschnitten, genauso wie ich das gerne haben wollte. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und damit das Ganze jetzt noch runder wird, habe ich mir überlegt, dass ich so ein großes Herz aus Styrodur, das hatte ich in unserem alten Schlafzimmer auch schon mit der entsprechenden Kontrasttapete bezogen, hier jetzt auch nochmal machen möchte und das dann genau dazwischen hänge, damit die Tapete dann nochmal aufgegriffen wird. An dieser Stelle kann ich nochmal ein herzliches Dankeschön an die Oma von meinem Mann aussprechen, von der haben wir das Styrodurherz nämlich bekommen. Das wurde mal als Deko bei einer Jubiläumsfeier von ihrer Hochzeit verwendet. Und da sie jetzt nichts mehr damit anfangen konnte, hatte sie uns das gegeben und hey, jetzt wird's hier sinnvoll recycelt. Als erstes habe ich da mal dieses rote Band abgemacht, das diente als Kaschierung der Tapetenübergänge. Dann habe ich mir zwei Stücke von meiner Tapete zurechtgeschnitten, die da gut drauf passen und mir wieder neuen Kleister angerührt in meinem kleinen Pöttchen, das ganze Herz dann damit eingekleistert und die Tapete da drauf getan. Dabei habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich das Herz gerne auf der anderen Seite aufhängen möchte, also dass die Spitze sozusagen in die andere Richtung zeigt und ich wollte das gerne so, dass wenn das Herz hängt, die Tapete in der gleichen Orientierung von oben nach unten verläuft, wie die rechts und links daneben. Also habe ich dann geschaut, in welcher Position ich es hinhängen will, damit die Tapete dann senkrecht nach unten zeigt. Als ich dann die richtige Positionierung gefunden hatte, habe ich die Tapete wieder schön festgerollert, das Herz dann umgedreht und das Drumherum einmal grob abgeschnitten, dass ich ungefähr die Form davon hatte und die Teile habe ich dann auf die Rückseite geklappt. Damit das natürlich glatt funktioniert, muss man an den Rundungen so viele kleine Einschnitte machen, damit sich die Tapete da hinten übereinander sozusagen legen kann und da keine Wobbel entstehen. Dann habe ich mit viel Kleister diese einzelnen Teile nach hinten geklappt und da dann fixiert. Abschließend musste das Herz dann erstmal ausreichend trocknen und ich habe dann mit der Acrylfuge weitergemacht. Dafür habe ich dann rundherum an der Wand mit Kreppband erstmal abgeklebt, wie dick ungefähr meine Acrylfuge sein soll, damit ich möglichst alle Unebenheiten, die da noch waren, kaschieren konnte. Danach habe ich mir dann mein Acryl vorbereitet, erstmal oben abgeschnitten und die Tülle aufgesteckt und mir dann so schräg abgeschnitten, dass ich dann ungefähr die Dicke der Acrylfuge rausdrücken konnte, die ich dann auch nachher haben wollte. Hier sieht man jetzt einmal in der Totalen, wie ich vorgegangen bin. Wir schauen uns da gleich auch nochmal Nahaufnahmen an, wie ich das im Detail gemacht habe. Also prinzipiell bin ich so vorgegangen, dass ich erstmal meine Acrylfuge gezogen habe, also mit der Tülle das rausgedrückt habe und dann mit so einem Abzieher die Fuge glatt gezogen habe und das überschüssige Material abgenommen. Dann habe ich mit dem Finger nochmal drüber gestrichen, um die Fuge gut glatt zu machen und in alle Ritzen zu drücken. Dann habe ich das Kreppband abgezogen und bin dann nochmal mit dem Finger drüber gegangen, um dann die Kante, die sozusagen entstanden ist, flach zu machen. Ich habe dabei mit Babyfeuchttüchern gearbeitet. Den Tipp habe ich auch hier bei YouTube gefunden, da man damit sehr gut das Acryl von dem Abzieher wegkriegt und auch von den Fingern. Insgesamt finde ich, ist mit dieser Methode eine sehr schöne Acrylfuge entstanden, die auch dick genug war für meine Zwecke, um jetzt diese ganzen Unebenheiten zu kaschieren und auch den Farbübergang zwischen der weißen Decke und der beigen Wand. Anschließend habe ich da noch aufgeräumt, also das ganze Malervlies entfernt und alle Sachen, die noch rumstanden, weggeräumt, um dann einmal ordentlich sauber machen zu können. Denn vor allem an den Kanten, an der Wand, wo das Malervlies manchmal ein bisschen weggerutscht ist oder wo wir es auch wegmachen mussten zum Verputzen, war noch relativ viel von dem Material auf den Boden gekommen. Das war aber nicht weiter schlimm, denn das konnte ich auch sehr gut mit den Feuchttüchern und manchmal, wenn noch so dicke Klumpen waren, mit einem bisschen Kratzen von so einem Schraubendreher wegmachen und dann die dicken Klumpen wegsaugen. Später am Nachmittag habe ich mich dann um unsere Tochter gekümmert und mein Mann hat sich an die Fußleisten gemacht, denn die mussten ja jetzt auch noch wieder angebracht und auch gekürzt werden, denn die Wände sind ja durch die Platten dicker geworden und damit ist ja der Raum innen auch ein bisschen kleiner geworden und deswegen mussten die Fußleisten dann entsprechend angepasst werden und er musste natürlich auch die ganzen Löcher für die Klipse, wo die Fußleisten dran festhalten, ja auch noch wieder anbringen. Denn die Löcher dafür, wo die vorher ja drin waren, haben wir jetzt nun auch mit den Platten zugekleistert. Auch die Steckdosenverblendung hat er wieder angeschraubt. Am Abend habe ich dann nochmal gründlich durchgesaugt und auch durchgewischt und danach auch unseren Wischroboter durchfahren lassen, der dann nochmal ordentlich sauber gemacht hat. Am nächsten Tag war es dann endlich wieder so weit, dass wir die Schränke wieder an die Stellen zurückrücken konnten, wo sie eigentlich standen und wir dann auch wieder mit unserem Bett ins Schlafzimmer umziehen konnten, denn wir hatten in der Zeit, ich glaube, es waren nachher fast zweieinhalb oder drei Wochen, im Wohnzimmer geschlafen, also hatten unser Bett dann da mitten ins Wohnzimmer gestellt und wir waren jetzt froh, dass wir endlich wieder zurück in den ursprünglichen Schlafzimmerraum ziehen konnten. Bei dem einen Schrank von meinem Mann hatte sich die Rückwand ein bisschen beim Hin- und Herschieben gelöst, deswegen habe ich die dann mit ein paar punktuellen Nägeln nochmal befestigt. Dann konnten wir auch diesen Schrank wieder zurück an seinen Platz rücken und dann haben wir noch ausgemessen, wie weit unser Bett da rein reicht und wie breit mein Nachttisch ist, da möchte ich nämlich bald auch einen neuen haben, beziehungsweise einen alten restaurieren und den dann da hinstellen. Deswegen haben wir dann nachgemessen, wie viel Platz wir da brauchen und wie weit sein Schrank dann hinten an die Wand geschoben werden muss. Bei dieser Aktion hat unsere Tochter dann tatsächlich auch mitgemacht und gleich noch lustige Ausmessungen mit dem Zollstock vorgenommen. Jetzt konnte endlich unser Bett wieder einziehen. Wie ihr hier seht, haben wir ein Boxspringbett, also mit einem Kopfteil und dann den einzelnen Matratzen, die wir zum Glück auch relativ gut und leicht da transportieren konnten. Abschließend habe ich da noch die kleinen Schränkchen und Kommoden, die wir da noch stehen hatten, wieder reingebracht und auch meinen Nachttisch wieder geholt und alle Kleinigkeiten da noch angeschlossen, Feuermilder wieder angebracht und den ganzen Kleinkram gemacht, den man halt auch irgendwie noch wegräumen musste. Auch das neu beklebte Herz habe ich dann so angebracht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Abschließend habe ich dann noch unser Bettzeug da hingebracht und juhu, endlich war das Schlafzimmer wieder fertig, dass wir da drin schlafen konnten. Einige Tage später haben wir dann noch die letzten Feinheiten gemacht, zum Beispiel die Gardinenstangen angebracht und auch die Gurtrolle von unserem Rollo, also da ist so eine kleine Extra-Box, wo der Rollo-Gurt drin ist, also der ist nicht fest verbaut, sondern Aufputz und der war eigentlich neben dem Fenster. Da jetzt aber die Calcium-Silikat-Platten da auch als neuer Aufbau drauf kamen, war da nicht mehr genug Platz zwischen der Laibung und dem Fenster, dass der da hinkonnte, deswegen haben wir ihn jetzt unter die Fensterbank angeschraubt. Beim Befestigen von Gegenständen auf den Platten muss man darauf achten, dass man die Schrauben lang genug wählt, damit die durch die Platten bis in die Wand reingehen, denn die Platten an sich können kaum etwas halten, deswegen muss es in die Wand dahinter reichen, damit da auch Gewicht dran hängen kann. Dann haben wir unsere Schränke, die nebeneinander stehen, wieder miteinander verbunden. Wir haben uns diesmal dafür entschieden, dass wir die Schränke nicht mehr hinten an der Wand befestigen, so wie sie vorher waren, sondern dass wir sie nur miteinander verschrauben, da sie eh von alleine schon so schwer dann sind, dass sie da nicht mehr umfallen können und da klettert ja auch niemand von uns drauf rum. Außerdem haben wir über dem Bett dann noch so eine von Ikea, es ist eigentlich eine Bilderleiste, angebracht als Nachttischersatz für meinen Mann, weil bei dem neben dem Bett kein Platz mehr für einen Nachttisch ist, dass wir dann da oben drauf ein paar Sachen ablegen können. Und leider hat dann unsere Kamera versagt, der Akku war leer, deswegen hat er das nicht final mit aufgenommen, aber hier bei der fertigen Roomtour seht ihr jetzt, wie es aussieht. Mit dem Streifen Kontrasttapete in der Ecke, um den Übergang zu kaschieren und mit meinem neu tapezierten Herz bin ich auch sehr zufrieden und das sieht fast so aus, als müsste es so. Hier seht ihr jetzt den Streifen nochmal in der Nahaufnahme und unten bei der Fußleiste mussten wir die auch einmal durchsägen, damit die sich besser an den Winkel anpasst, weil das ja kein rechter Winkel jetzt mehr in der Ecke ist. Hier seht ihr jetzt nochmal das in Anführungsstrichen Problem mit dem Rollo-Gurt. Also hier unten haben wir diese Box, wo der Gurt drin ist und der war ursprünglich halt hier neben dem Fenster angebracht und da kann er jetzt aber nicht mehr hin, weil es uns dann nicht mehr möglich wäre, das Fenster komplett aufzumachen, wie man hier sieht, sondern dann könnten wir es nur so ein Stück aufmachen, aber wir wollen es gern zum Lüften weit aufmachen, deswegen haben wir den jetzt unten hingemacht. Und auch hier oben, wo der Rollo-Gurt rauskommt, musste die Firma das so ein bisschen hinfrickeln, sag ich mal, aber da die Gegebenheiten nun mal so waren und man das Rollo, wie man sieht, ja noch hoch und runter machen kann, ist es so in Ordnung. Auch auf der anderen Seite mussten wir hier sogar so ein bisschen von dem Putz noch wegnehmen, damit man das Fenster noch vernünftig öffnen kann und damit man es vor allem auch noch auf Kipp machen kann. Bevor der Putz trocknet, solltet ihr das also unbedingt nochmal austesten, dass alles noch funktioniert. Und so wie bei diesem Fenster hier, das geht jetzt zum Beispiel auch nicht mehr ganz im rechten Winkel auf, aber das ist okay. Hinter bzw. neben den Schränken haben wir auch immer noch darauf geachtet, dass wieder genügend Platz zur angrenzenden Wand ist. Und dann hoffen wir jetzt mal, dass mit den Platten nicht nochmal der Schimmel wiederkommt, wie man das hier in den Vorherbildern sehen kann. Insgesamt ist die Oberfläche von dem Putz noch relativ grob, wie man hier sieht, aber die von der Firma zum Beispiel haben das hier an der Fensterlaibung auch nicht viel besser hinbekommen. Ein Maler würde jetzt üblicherweise mit sogenannter Makulatur da drüber gehen, um das Ganze richtig glatt zu machen. Das Problem ist, dass diese Makulatur meistens aus Gips besteht und wir haben ja gelernt, Gips dürfen wir da jetzt auf keinen Fall drauf tun. Es gibt auch noch feineren Silikatputz, den man da drauf machen kann, aber der wäre auch wieder teurer und es wäre viel aufwendiger gewesen. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass die Wand so bleibt und wir einfach drüber streichen. Auch wenn ich eigentlich eher ein Fan von Tapete bin, aber wie gesagt, es ist besser, wenn es jetzt so ist, dass die Wand offen ist, ohne Tapete drüber, als wenn nachher wieder alles verschimmelt. Insgesamt hat uns die Arbeit mit den Calcium-Silikatplatten sehr gut gefallen. Es hätte jetzt zwar nicht sein müssen, das zu machen, aber ich glaube, dass wir den Schaden dadurch ganz gut beheben konnten und wir werden auch noch zwei weitere Räume bei uns im Haus damit machen müssen, wo wir auch wissen, dass es so ein Problem gibt. Also werden wir dann hoffentlich all unsere Erfahrungen, die wir jetzt hier bei dem Mahl sammeln konnten, für die nächsten Mahle mitnehmen können. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch vielleicht bei euren Projekten, wenn ihr da auch irgendwo eine schimmelanfällige Stelle habt. Wie gesagt, wir können die Arbeit mit den Calcium-Silikatplatten nur empfehlen. Das ist eigentlich ganz gut zu machen, vor allem auch für Leiden, so wie wir das sind. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020